Hast du dich schon mal gefragt, wie viel Potenzial eigentlich noch in deinem YouTube-Kanal schlummert? Wie viele Klicks deine Videos eigentlich haben könnten? Wie viele Zuschauer du mehr erreichen könntest, wenn YouTube deine Videos einfach nur endlich mal an die richtigen Zuschauer ausliefern würde? Die, die sich ja eigentlich für deine Inhalte interessieren. Genau das hat sich Martin Werle auch gefragt und darum hat er eine Zusammenarbeit mit uns gestartet. Und hier in diesem Video erfährst du, wie viel Potenzial wirklich noch in seinem Kanal geschlummert ist. Wie viel Zuschauer er gewinnen konnte mit den Videos, wie er sie eigentlich schon gemacht hat. Einfach nur durch ein paar richtige Optimierungen. Und das Video ist insofern extrem interessant, weil du da, denke ich, auch mitnehmen kannst, eine Übersicht, wie viel Potenzial eigentlich in deinem Kanal steckt. Wie viel mehr Leute du einfach jetzt, heute schon mit deinen Videos erreichen könntest. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß damit. Wenn ich eine Referenz gebe, dann eigentlich erst am Ende einer Zusammenarbeit. Dass ich es heute mal am Anfang tue, nach knapp zwei Monaten. Das hat mit besonderer Leistung zu tun. Und diese Referenz, die ist für Jonathan Laufer und Chris Schubner. Warum empfehle ich die beiden so wärmstens? Ich selbst, Martin Werle, mein Name, Buchautor, Karriereberater. Ich war auch mal Chefredakteur. Ich selbst kann gut mit Medien umgehen. Ich selbst habe einen YouTube-Kanal aufgebaut, der aus eigener Kraft auf etwa 80.000 Abonnenten kam. Und es war absehbar, dass ich irgendwann im kommenden Frühjahr, im Frühjahr 2020, die 100.000 Abonnenten erreiche. Dann hat mir ein Vögelchen zugezwitschert, dass es da zwei Profis gibt, die sich richtig gut mit dem Medium YouTube auskennen, die sich auch mit den Algorithmen auskennen und die dafür sorgen können, dass meine Videos noch mehr Menschen erreichen. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ich habe die beiden kontaktiert. Ich habe zwei junge Männer kennengelernt, die hellwach im Kopf sind, die dieses Medium begreifen, wie es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur ganz wenige tun. Nicht mal in den USA tun die das so richtig. Und ich habe sofort gemerkt in der Zusammenarbeit, dass die beiden Hochkaräter sind und dass die mich persönlich und mich mit meinem Kanal voranbringen können. Das gilt nicht nur dafür, wie man mehr Leute erreicht durch Bilder, durch gute Thumbnails. Das gilt sogar für die redaktionelle Arbeit, das heißt für die Wahl von Überschriften. Also Sie wissen, ich bin Chefredakteur gewesen, das heißt, ich kann Überschriften machen. Aber ich habe da nochmal ein paar ganz wichtige Impulse bekommen. Und diese Impulse haben sofort gezündet. Das heißt, mein Kanal hat ein starkes Wachstum angesetzt. Mein Kanal, die Reichweite, die Werbeeinnahmen. Alles ist massiv gestiegen. Das war ein super Einstieg in die Zusammenarbeit. Und darum möchte ich die beiden all denen empfehlen, die sagen, unser YouTube-Kanal soll wachsen. Also ich denke jetzt an Leute wie mich, an Freiberufler. Ich denke aber auch an Firmen. Es ist ja ein Witz, dass ich zum Beispiel viermal so viele Abonnenten wie Frau Merkel und die Bundesregierung habe. Die werden zum Beispiel gut damit beraten, mal mit Jonathan und Chris in Kontakt zu treten. Das gilt auch für viele andere. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist nicht nur sachlich, sondern auch menschlich eine tolle Zusammenarbeit. Und wenn wir unsere Zusammenarbeit am Ende haben, das heißt im April etwa, dann werde ich nochmal ein Referenzvideo machen und werde mal eine Bilanz ziehen. Bis dahin, Ihr Martin Wehrle. Und hier kommt meine Bilanz der Zusammenarbeit mit Logical Lemon. Überschrift, sehr, sehr erfolgreich. Denn wir haben die 100.000 Abonnenten, die ich eigentlich so irgendwann im März geschafft hätte, schon im Januar geknackt. Und es ist tatsächlich gelungen, dass ich im späteren Frühjahr die 150.000 Abonnenten überschritten habe. Und was mir besonders gefallen hat, der Aufwand in dieser Zusammenarbeit für mich, der war nicht so besonders groß. Wir haben acht, neun Telefonate geführt, und zwar im letzten Herbst innerhalb von zwei Monaten. Und der Input, den ich da bekommen habe, der hat mir ausgereicht, um meine Videos bis ins späte Frühjahr zu realisieren. Und das war dann alles sehr erfolgreich, weil ich durch diese Zusammenarbeit erstmals verstanden habe, wie ich die gleichen Themen wie immer so verpacken kann, so drehen kann, dass die Algorithmen für mich arbeiten und nicht länger gegen mich. Das war sehr schön, das war sehr erfolgreich. Ich habe eine Einzelberatung gehabt. Das heißt, ich habe immer vier Augengespräche geführt, habe jedoch auch geschaut, wie diese Gruppenberatungen abgelaufen sind. Die werden ja per Video aufgezeichnet. Und was ich da gesehen habe, das hat mir ebenfalls gut gefallen, weil sich da Einzelkämpfer befruchten, weil sie Erfahrungen austauschen und weil jeder vom anderen profitiert. Dieses Modell funktioniert sehr gut, solange sich dort natürlich keine direkten Wettbewerber begegnen. Also ich kann Logical Lemon empfehlen. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich viele Impulse bekommen habe und auch ein paar zurückgeben durfte. Und insofern freue ich mich, wenn Sie das auch nutzen und wenn Sie mit Ihrem Kanal erfolgreich sind. Wenn du willst, dass du mit deinem YouTube-Kanal beziehungsweise deinem Business auch so gute Ergebnisse bekommst, dann würden wir dich gerne dabei unterstützen. Buch dir dazu einfach jetzt auf unserer Website logicalemon.de einen Termin für eine kostenlose YouTube- beziehungsweise Business-Beratung, in der wir dann eine individuelle Strategie für dich ausarbeiten, wie du mehr Sichtbarkeit bekommst, wie du mehr Kundenanfragen bekommst, wie du mehr Umsatz machen kannst über deinen YouTube-Kanal. Oder falls du dich noch lieber etwas mehr an das Thema einlesen möchtest, dann kannst du auch gerne hier diese Broschüre anfordern. Die schicken wir dir dann gerne kostenlos zu. Und einen Link dazu, den findest du unter diesem Video. Ich würde mich freuen, von dir zu hören.